also ich habe muss ganz ehrlich sagen wir haben die letzte zeit die letzte woche sehr oft gezockt immer so eine runde hier zwei runden da vier runden hier es waren viele richtig 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 gute runden bei und viele runden da denkst du auch nur monitor aus dem fenster direkt getastet du hinterher und auch noch der streamer manchmal denkst ja auch nur das ist da darf er keinen menschen zeigen und dann hast du plötzlich wieder direkt danach so eine ultra gute runde die olle verbrannte verbannte bist du dann das ist du musst das kurz vor der mondblume sein ganz ganz gut vielleicht 100 punkte ja ja ich guck so wünsche uns allen viel spaß heute abend schul auf 100 schul auf 100 schul auf 100 ja 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 dankeschön mir fehlen genau noch ungefähr 200 punkte für hast du ich sehe es gerade nicht im stream da ist der tier drüber ich habe 36 366 234 hallo warte mal 134 ist ja bei 65 hallo queenie dankeschön guten abend hat man mal guten abend ja auch 134 punkte das könnte man in einer runde schaffen ja kann man muss muss man aber nicht nein wo ist den nikola leff wo ist den austin ist alle bereit was ist was was sie auch ganz langsam aus ein dachs auf dem rücken rastet bei mir komplett aus den dachs auf dem rücken hast du hier der ist fältigen echt bei mir nicht bei mir schon die bringt richtig hart hin und her sowie in dbd der metter von mantel quasi der metter von mantel genau der mann der von bei seien dings bleibt alles gut ist das waschbär oder ist das ein dachs ist glaube ich ein dachs kurz zu queenie ich habe die noch nicht geantwortet im discord blind ice die habe ich auch noch nicht geantwortet im discord werde ich noch machen habe ich bis jetzt noch keine ich habe es immer noch aufblinken sehen habe aber noch nicht drauf geklickt schämlich ich mache das extra nicht wenn ich das nämlich drauf klicke und dann wieder schließe dann verkehrt sich richtig so also nicht das vergessen dass du das so machst ja es nicht vergisst irgendwann haben die ja mal eingeführt in e-mails mal so stern zu setzen als irgendwie erinnerung oder so das ist ein lesezeichen oder sowas wie so favorite weil ich aufgemacht habe und dann habe ich vergessen weil ich keine zeit hatte bei mir ist das ja ich habe deswegen habe ich diese bescheuerten blauen häckchen rausgenommen aus whatsapp weil ich bin im auto und klickt mal schnell drauf und guckt nur so haben wir hat dann geschrieben okay sie akuma und dann kriegst du dann irgendwie so danach was sie jahre ist doch gelesen warum gibt es mir keine antwort man so bin ich nicht nee aber so jetzt irgendjahr irgendwer aber ich kenne das ich habe gesehen dass du es gesehen hast die haken im whatsapp haben gesagt du hast gelesen aber ich bin nicht geantworten zwei sekunden später deswegen habe ich denkst du mal dort ist krümmel vor vor krümmel vor vor da müsste man müssen wir dings machen leute für so tollen namen müssen wir unbedingt dings ich habe die schönste schuhe übrigens guck mal wie schön die gemacht sind ja überhaupt nicht auffällig wollen voll schön also ich bin letztes mal mit diesem mit diesem skin im gebüsch hatte ich doch den was nicht dabei ist der graifers und der drogensüchtigen ärzte hier was drogensüchtig drogensüchtigen ärzte jetzt das nicht aus diesen drogensüchtigen kassen also alle sich die spritzen selber gegeben haben ach shut the fuck up die blöden hunde die nerven einfach nur auch event Eine Falle reingepaziert Wo ist der Benjamin? Der will das doch nicht, dass du was sagst Ich hab eins Brandzombie verprügelt Ah Und Akumat 1 Raben aufgeschreckt Hab mit dem Raben gekuschelt Eigentlich sollte ich glaube ich da so ein Knöppis auf meinem Steam Deck machen Immer wenn Raben hochsteigen von uns dann immer Oh, oh Lustig, dass man das Lied sehr mit Raben verbindet Weil das ganze Video voller Raben ist Und der ist glaube ich auch als Rabe Ja, ja, der mutiert da irgendwie zum Raben Ja, der hat auch ganz viel Komisch Hier ist ein Dingspunkt Popposten Solltet ihr euch mitnehmen? Ihr habt euch eine Spritze gegeben Ne, gar nicht Wohl Abzug beweist Guck dir die mal an hier Oh Mann, die ist weggespawned Die hat gerade den Kopf Den Kopf in der Wand gehabt Den Kopf in der Wand gehabt Aber nicht mit dem Rücken nach oben Sondern mit dem Dings nach oben Mit dem Bauch nach oben Also versuch das mal Kamerasutra Style Und wieder so still Und wieder so still Brudel Wollt ihr euch tiefer? Oh Mann, der ist der Schuss Oh Mann, der ist der Schuss Oh Mann, der ist der Schuss Der noch? Ne, falsch Lukas, Lukas schreibt Ich mag euch alle Gruppenkuscheln Mit dem Kopf durch die Wand Ja, aber wie andersrum komplett Wenn man sich bückt nach vorne Wird das ja noch gut aussehen Aber das war ja ganz wild Die war ja mit der Mumu nach oben Der Schuss kam übrigens aus Nordwesten Hinter uns Echt? Ja, und ziemlich lauter Schuss Und auch ziemlich nah Oh, oh Kannst du manche Runde gefühlt Das Lied einfach komplett spielen lassen Maul Du hirsch Gut, Maul Und wir müssen nachlauern Die Säden Was ist eigentlich nur ein Bus? Weil Guten Tag Ich gehe ja wieder Ich habe die Arme aufgeschlitzt Die kann nicht mehr laufen Ich habe den Zombie gerade in die Beine geschlitzt Und der konnte nicht mehr laufen Der ist von der Vorhinein hinter mir her gekrochen Ich hasse diese Stadt hier Wir sind Gegner Ja Danke für die Info Hier vor dem Haus Und einer hat doch gerade im Chat geschrieben Dextro 23 Happy Dextro 23 Happy Dextro 23 Happy Guten Abend Keine gute Position hier Echt null Achtung Wenn ich hier Das Haus ist Da ist ein Gegner drin Im Haus drin? Ja, hier vorne Dieses kleine Ding da Keine gute Position Echt scheiße hier Ja Oh Da ist ein Impulator Pass auf Ah, okay Ich mag diese Ecke hier nicht Ich mag die überhaupt nicht Letztes Mal bin ich auch hier verreckt Das Video habe ich übrigens heute geschnitten Deswegen weiß ich das noch ganz genau Wo ich hier in dem brennenden Haus verreckt bin Ich wundere, dass hier nicht mehr wirklich was los ist Die sind ja Geh mal kurz in den Und wo kam der Schuss? Ich habe keine Ahnung Echt, das wüsste Irgendwo hinter mir muss das gewesen sein Ich wollte auch nur mal gucken Ich habe es mit dem Boss schon angefangen haben Haben sie nicht Da kommt einer rein Juhu Da kommt Shotgun von der Seite Mini Shotgun Eine war bei dir vor der Tür Und eine war in meinem Haus Ich bin schon rausgelungen Okay Die eine habe ich gehittet Aber der von der Shotgun Habe ich nicht gesehen Der kam von der Seite Jetzt habe ich mich geschraubt Du brennst Das macht nichts Ich bin ein heißer Körper Da drin Irgendjemand ist gestorben Ja, da sind meine Falle reingelaufen Und der ist gerade gestorben Kannst du den Showclash werfen Wenn du hast Du brauchst einfach eigentlich nur reinwerfen ins Haus In den Raum Was für ein Timing Wie hat der das überlebt? Ich habe keine Ahnung Der wurde erschossen oder nicht? So sah es aus Mein Fehler Oh ziemlich viele Leute hier Ah, ein Boss Worte übrigens nicht von der Shotgun getötet Ah Da wurde sie von der Wie heißt die Frau Mit dem Pisonbrille Und dem Cowboyhut? Ne, ich wollte mit einer Redshirt Also Whiteshirt Oh, der ist weggeflucht Da ist nur einer Nehmerleiter gewesen Nehmerleiter gewesen Ja, komm nochmal zurück Du kannst auch ein Stück Nach links ziehen Der steht da direkt an dem Wagen Oh, das sind noch zwei Kalt ein Auge Oh, das sind noch drei Die hat mir erschossen 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 Hat die denn keinen solchen Brille gehabt? Ne Dankeschön, Lukas Dankeschön, Lukas Die hat mir erschossen Ich glaube, die kommen gerade zu dir Ich Von der rechten Seite meine ich Habe ich was gehört Von da, wo du es hinläufst Ich weiß Kann aber auch nur der Wind gewesen sein Also weiß ich ja Wenn man einfach was hört Das ist gut Ich weiß, das ist gut Vielen Dank. So, ich habe mich mal gemutet, die Akuma hört mich so nicht, weil es ist immer anstrengend, wenn jemand dann dazwischenquatscht, dann kann ich wenigstens mit euch reden. Nein. Das war knapp. Noch bin ich gemütet, also ich kann immer dazwischenreden. Das ist immer doof, wenn jemand angespannt ist und Geräusche hören muss. In dem Spiel muss man sehr gut Geräusche hören und dann immer jemand dazwischenquatscht. Deswegen müde ich mich einfach dann mal. Hat gut gemacht, die Akuma. Oh, irgendein Sack hat seine Waffe mit mir getauscht. Jetzt habe ich auch eine Springfield-Meisterschütze. Der da vorne wahrscheinlich sogar. Links. Gerhittet. Da ist noch einer. Mit einer Silenced. War der bitte? Er hat aushebeln. Achso, kommt jetzt. Hier wollen wir von zwei Seiten. Einfach cool bleiben, einfach cool bleiben. So wie du gerade warst, war es eigentlich ganz gut. Da brüchst du. Ist er drin. Der war das. Oh, wie kann ich mein Fall, I love. Meinst du, danke schön. Warte, mach die Tür auf. Die kommt von beiden Seiten. Die kreft ihn ja an da. Ah ne, ich schieße ihn also durch die Türe. Ja, mich kannst du eh nicht mehr retten. Nächstes brennt auch. Nachladen. Nachladen. Nachladen nicht. Oh, das war der, der mich gekillt hat. Ah. Oh, wie du gerade auf die Scheibe zuläufst. Und der steht dahinter. Ach, Mist. Ja, gut gemacht. Batze, danke schön. Ja, das wollte ich noch gegen drei machen. War jetzt in der Falle. Ja, du warst in der Falle mit deinem Sniper. Du hättest von außen weiter daraus schießen müssen. Ich wollte halt euch aufheben, aber das ist die anderen jetzt noch da waren. Egal, gut gemacht. Du kriegst dafür Punkte, oder wir kriegen dafür gut, dass du den aufgehoben hast. Den Benni, alles gut. Alles gut. Eingekillt. Woran? Achso, an der Blutung, glaube ich. An der Blutung, denke ich mal. Ich habe echt kein Glück mit meiner Jägerin hier. Aber ich versuche es weiter. Leute, kommt. Ein bisschen mehr. Enthuisas... Wie heißt das? Enthuisas... 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 So, okay. Ja, so. Für die Akuma. Ein bisschen mehr Party hier. Hat die Akuma gut gemacht. Ich glaube, ich nehme diesmal den hier mit. Dafür bist du den nicht aufgehoben. Ich muss nicht, dass es Benni ist. Nee, ich war in einem anderen Raum. Du, der Benni... Ich wollte dich eigentlich kurz danach holen, weil ich wollte es ausnutzen, dass die beiden anderen da kämpfen. Ja, der Benni lag gefährlicher als ich. Aber die haben dich, glaube ich, nur gehört, als du die Türe auf und zu gemacht hast. Ja, ich wollte... Ich habe nur gesehen F und dachte, das ist von wegen F für aufheben. Ich habe es nicht gelesen, weil ich mehr die Umgebung noch beachtet habe. Ja, das ist aber auch scheiße. Der lag es genauso, der Benni, dass man entweder die Türe oder aufheben macht. Das ist doof. Ah ja. Erste Runde. Können wir noch nicht anders, aber... Ich habe mal was getötet wieder. Ja, gut gemacht. Was ich gelernt habe beim Snipern, dass du nicht zögern sollst. Du hast gesehen, zweimal hast du den schon am Kopf gehabt und hast da gezögert, wollte ich den besseren Moment haben. Einfach draufhalten. Ja, weil ich keinen ruhigen Atem habe momentan. Das ist dann mal nicht so einfach mit dem Ziel. Ich würde einfach draufhalten, glaub mir. Der erste Schuss, wenn der trifft oder daneben geht, das ganze andere Team weiß sowieso, wo du dann bist. Du musst dann die Position wechseln oder eben... Ich mach das schon. Ja. Ihr macht mal euer Ding. Ich mach das schon. Ich mach Safety von hinten. Das habe ich falsch angehört, aber gut. Akuma will keine Tipps. Ich hab auch schon wieder die Spinne. Ach, ich nehme diese Gift-Spritze schon lange nicht mehr. Oh, 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 oh. Ohne Stacheldraht. noch so weit weg und haben meist immer so aus einmal und das ende da hast du wir keine ausdauer kannst du nicht glaube ich nicht wechseln keine büro der spritze doch ich habe ich bin komplett durchgeboostet die nikota dankeschön die habe ich gar nicht gesehen die müssten jetzt eigentlich fliegen na gut auch nicht bennie ist daran vorbeigekrochen ich hau du nimmst ich habe es nur event hinweise ja damals nur event hinweise hab ihn verfehlt, wow wo müssen wir denn hin, ich suche heute noch Sachen, nach Sachen, erwähnt Zeugs, ja lass mal die Dinos dansen zum grauen Decks ist nicht so schön ich finde das jetzt der Hammer, wenn einige von diesen Stämmen sich noch drehen würden im Wasser oh ne Endlich Achtung ja, Endlich Endlich Ben und ich wurden zu schnell gerade eben aus dem Spiel genommen, das war doof, also doof für mich, für uns die 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 emulator beim fass ist nicht so gut ja ich habe ja gerade ein paar sachen gesammelt und dann kam die und nikolaus und der osterhase war auch noch dabei ich bin mir ganz sicher dass sie da waren die korte legt die korte dankeschön warum habe ich jetzt so viel leben verloren das falsch gefallen wenn du zum beispiel ab und zu mal es freu mir woher punkte was denn hier los Ich mach den Boss schnell, ich hab eine Hauptbombe. Ich mach das. Ich suche ein Muniz, ja. Geht noch. Ein normaler. Brauchst du einen Hammer? Nö. Ist es gepinkt? Ja, da. Munizierung. Sauber. Blutmarken. Pass bitte auf, die Falle hier auf. Kommen wir hier außen rein? Noch mehr Munition. Hier fahr ich auch eine Falle hin. Blutmarken. Ja, ich nehm sie mir gleich, wenn der Benni nicht möchte. Ja, hat schon. Mist. Der andere muss direkt nebenan. Ach, die Falle hier. Ach, deswegen sind die so laut, ja. Gibt's keine andere Fallen hier? Die scheinen raus zu gehen. Haben wir schon gemacht? Ja, schon lange. Was? Ja. Wo ist denn eigentlich der Boss oben oder unten? Unten? In dem Keller und hier unten. Wie viele Eingänge gibt's denn dann hier in diesem Laden? Wo viele? Oh Gott, die sind ja überall Eingänge. Oh ne, Geld. Was für Schweinereis hierhin passiert? Schweine. Noch mehr Munition, sehr gut. Ne, noch nicht. Noch mehr Munition. Ich will hoffen, dass ja jemand meine Fallen reinläuft, meine Doppelfallen. Einzelne Fallen, da laufen sie irgendwie immer rein. Aber die Doppelfallen nicht. Doch, wohl. Einmal. Ich hab vorgestern. Ja, ich. Ne, ne, das war eine einzelne Falle. Ich war sie noch am Aufbau. Du bist dann einfach reingelaufen, als ich gerade am Aufbau mit war. Ja, ich wollte halt rein. Und der hast du vorsichtig zum Beispiel schon drücken. Der hast schon... Ah, ah, ah. Ja, wenn die... Ich hätte ja sonst noch die Gasfalle dazu getan. Roku, tschüss. Hirnschnee. Okay. Also, entweder sind die, äh, den Typen hinterher gerannt. Oder, äh, die haben sich direkt umgedreht und sind zu uns gekommen. Who knows? Who knows? Wir werden das gleich erfahren. Machen wir mal bitte die Lampe neben dir aus, Benni. Das macht mich nervös. Ja, aber wenn da jemand irgendwas reinschmeißt oder irgendwie was schießt und das Ding neben dir explodiert, brennst du. Schau. Immer Lämpchen ausmachen. Hallo. Aua. Ihr seid mal unten, ne? Ja. Ich schätze auf East. Keiner, oder? Wo seid ihr? Achtung, Falle bitte. Lass sie doch da, lass sie doch stehen. Wir haben doch genug aufs Gegner noch. Sollen sie doch reinlaufen. Und noch? Ich weiß, dass man hier nicht kommt. Ja. Oh, da gehen. Peng. Hallo, schön. Guten Abend. Ja, dann. Was willst du? Wenn keine Gegner kommen. Hä? Ich hab gar nicht dran vorbeigelaufen, ihr zwei. Wer weiß. Also. Versuch die Mechanik der Krähen zu verstehen, du wirst es nicht schaffen. Ich... 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 Ich kann das erklären. Oh. Oh. Deswegen in the shadow. Du brauchst Güte. Du brauchst Güte. Du brauchst. Ach, klar. Weck geschossen. Warum? Aha. Wegen Knallen. Wenn die Knallen... Wenn die Knallen eben gerne. Was denn? Das hast du gedacht, nicht ich. Ich sag der Richtige und mach das selber. Wir sind Männer. Wir knallen eben gerne. Alles. Ist ja noch ein Verbrauchsgüter für mich? Dann geht's nicht mehr. Mann ey! Da. Segner? Mhm. Ich hab das selber schon durch. Ich hab nicht geguckt. Weil... Eingetaggt? Ach, ich wollte nicht nachladen. Ah! Wie sieht's wieder diesen Wald hier? Lass ich mach mal noch. Einer ist ein... Einer ist ein... Einer ist ein Cane. Den sieht man ja voll schlecht. What? Ach Gott. Headshot. Immer direkt Headshot. Okay. Mann, ich hasse Headshots ey. So an dem Müll immer. Könnt mich gerne aufwägen, wenn ihr es schafft. Ah, diese Headshots, Mist ey. Auf die Distanz auch noch mit einem Silencer. Lucky Shot. Wenn wir von hinten... Oh! Von hinten, Benni! Ja, der gleich hat mich auch grad gekillt. Das war der Kane, ne? Nein, das ist ne... Das hast du gekillt, glaub ich, oder? Ne, hasse ich. Ich hab noch 10 AC. Yoda ist eine Fehles. So ein Müll, ey. Auf die Distanz schießt ihr mir direkt in die Birne. Einfach so ein Lucky Shot. Ne, ich halt einer von hinten halt. Ich hab den zu spät gemerkt, von wo der Schuss kam. Kein fairer Fight. Hey, wie sch... Okay. Ja, Headshot ist Headshot. Ein fairer Fight. Die Arme Schattensicht, wo wir die Gegner sehen. Ja, fairer Fight meint ich einfach nur der... Äh... Ich hab den... Den ersten angeschossen und der schießt mir einfach direkt in die Birne auf so ne Distanz. Einfach der... Ich hab den nur so ganz klein gesehen. Ach, Mann. Das ist... Da war die Ente wieder. Blöd. Was ist ehenton? Mist. Wie ist der? Ey, der Pippi Popo Kaka. Pippi Kaka. Ja. Wo tun die eigentlich die Gift... Stolperdraht fallen, nicht neben die anderen Stolperdraht fallen? Weil es Gift ist. Dazu Gift. Schade. Marmelade. Das ist, äh... Das ist das Richtige. Ha! Ja, Schokolade. Mich nervt das immer so, wenn ich... Wenn da so ein Lucky Shot von irgendwo herkommt. Der Cain, den hat man ja trotzdem immer noch nicht gut gesehen, ne? Der sieht ja... Nein. Nein, der Cain hat mich gekillt. Nein, der Cain hat mich auch. Ach, dich hat ein Cain gekillt. Mich hat der Cain gekillt. Und der Cain, der ist einfach... Der ist unsichtbar. Den hab ich... Ich musste zweimal gucken und der war sogar in Bewegung. War das der zwischen den Bäumen? Der gerade Benni noch am Ende gekillt hat. Ach so. Das war auch anscheinend ein anderer. Also ein Solo-Spieler, weil die haben sich dagegen noch gefeitet. Der Cain war ein anderer? Ja. Die kamen aber zusammen. Ja, die haben aber gerade noch mal gefeitet, hat Benni gerade gesagt. Oh. Okay. Dann ist der bestimmt mitgelaufen einfach nur in der Truppe oder hinter denen. Weil der kam genau in dem gleichen Moment, wo die... Wo ich die Fetis angeschossen habe. Hinter denen einfach nur gewesen. Oh, krass. Cain, ey. Das ist der Grund, warum ich diese kleinen Shotguns nicht mag. Die Pistolen Shotgun oder die Abgesägten? Die Abgesägten halt. Die... Ich hatte jetzt die Romero, die Kleine. Und ich war nah dran und es macht mir keinen Schaden. Deswegen spiele ich den Quartiermeister zum Beispiel nie. Weil ich finde die Waffen so halb. Halb gut. Und wenn dann... Wenn dann gut oder gar nicht. Ganz oder gar nicht. Gehen oder bleiben. Sing weiter. Ganz oder gar nicht. Du musst dich entscheiden. Und weil ich dich liebe... Ich muss mal weg. Ja. Will ich's nun wissen. Gut. Schluss. Tschö. Was war das? Hast du grad gegen deinen Dings abgehauen? Ja. Ah. Das hier. Ja, genau. Wow, Alter. Ja, das hier. Brrrr. 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 Ja, deswegen müsste ich hier eigentlich so eine Spinne haben, heißt das. Eine Spinne, die das Mikrofon hält. Damit die Vibrierungen und alles, was gegen den Tisch knallt, ähm, aufgefangen werden. kann ich kann keiner lesen weil das zurückgesetzt wird gerade zurückgehalten und der spieler bestimmt auch wie ich das spiel so kenne rebellische grüße funkelnde sterne langsam gib mir feuer irgendwo noch eine waffe ich suche gerade einen draußen hast du eine gefunden ich habe auch Wo ist die Kasse? Oben, unten, rechts, links? Im Haus drinnen. Noch alles gut, alles weiß. Ich will die Protomonition. Ich weiß immer nicht, wo die Kasse ist, aber du kannst ruhig nehmen, wer die weiß, wo sie ist. Ich habe immer Hunde gehört, aber es war ziemlich laut hier. Ich habe oben, hier oben alles zugemimt. Hier unten liegt auch eine Falle. Hier habe ich aber nicht gelegt. Oh nein, auch nicht. Keiner. In dem einzelnen Haus, was da steht noch. In dem mehrere einzelne Häuser kommt hin. Ach, das war ja. Naja, uff. Wäre ja eigentlich noch hier zu sein. Ja. Das muss selber wieder sein. Ja. Ich bin ja vorhin noch kreuz und quer durch die Gegend gelaufen. Ah, die Falle habe ich je gelegt. Du meintest gerade eben. Ah. Mal gerade überlegen, wie du meinst. Ich habe noch eine Falle zum Legen. Wo kann ich denn noch eine hinlegen? Was ist denn da oben auf? Oben ist alles voller Fallen. Dort ist übrigens noch eine ganze Kiste voller Fallen. Wo war die? Die habe ich hier bei mir. Hier steht die. Ja, nehmt doch. Und Valeri und Valera. Sollen sie doch kommen, die Schifte. Die Schifte. Oh Gott, das war knapp. Wie man stolpert Rad fallen hingegelegt. Ja, überall. Wie komme ich jetzt wieder rein? Ich frage mich. Ich seh's. Du kannst hier rein kommen. Hier, beim Eisentor. Hinten. Hier auf der Seite. Komm sie rein. Hi. Ganz andere Ecke. Ich habe so viele Fallen noch. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Warte. 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 Da liegt auch noch einer. Das ist alles voll hier. Ne, da brauche ich keine. Oh, doch. Hier. Hier ist ganz gut. Hier ist ganz gut. Osten. Da liegt auch noch einer. Habt ihr gehört? Bitte? Osten. Drei Gegners. Oh, ja. Osten. Osten. Hoffentlich kommt hier rein. Das wäre super. Lass mich mit denen sprechen. Kommt rein. Wir kommen in Frieden. Und so. Oh, Rebel. Dankeschön. Ich glaube, die sind noch zu weit weg. Ja, die sind alle da hinten so. In der Ecke. Ja, hier ist die doof, weil man kann überhaupt nicht rausschießen. Wir müssen die Fenster öffnen, gucken und dann wird man geschossen. Oh, hier sind sie aber ganz nah. Sind jetzt alle hier. Genau da sind sie. Du verstehst, die Fenster schön auf? Aua. Hier ist Mettgekirche. Nimm ich nicht dein Mettgekirche. Ich hab aber wieder die Tür zugemacht. Hier ist auch noch ein Mettgekirche. Lass ruhig hochkommen. Lass ruhig reinkommen. Sind alle hier. Also alle Nordosten. 45 ungefähr. Ich hab überhaupt keine gute Position. Ich hab sie gedreht. Warte, ich schmeiß' aber jetzt rein. Da frisst es. Wir haben das Fenster links von dir kaputt gemacht. Vorsicht. Unten ist Tor auf. Unten ist Tor auf, ja? Ja? Mhm. Wow. Das hat mich noch im Bett. Ich hab schon alle vor der Tür hier. So schnell wie sie es aufgemacht war, haben sie es zugemacht. Okay, oben ist hier oben. Sie sind oben. Okay, oben ist hier oben. Wie viel unten? In die voller reingekommen. Da oben ist alles voller fallen. Ja. Da haben zwei. Und ja. Ist einer bei mir hier unten? Hast du das gerade gesehen? Bier gehabt? Nee, oder? Hier vor dem Tor. Ach ne. Das war Küchen. Ja ja. Ich bin selber reingekrochen. Reingekrochen. Wie oft wollt ihr noch testen, ob die Tür auf ist? Hast du das wieder? Ein Hit. Was? Hinten am Fenster oben. Hier läuft aber auch einer. Noch ein Hit. Geblendet. Ich seh nichts. Stehs gut. Stehs gut. Oh, das war die Granate. Ja, er hat mich sehr gut gemacht. Weil ich die Nate geblockt habe. Ich habe die Tür einfach zugemacht. Ja, ich dachte, ich kann das nicht sein, aber duftet. Er hat es zu spät. Nimm die Heilung hier unten. Guck mal, wenn du noch nicht genommen hast. Kannst du noch mal gucken, Ditz? Ja. Also sind's. Alle, alle bei euch. Alle bei euch oben. Gut. Was muss trotzdem. Sorry, aber. Das ist eine Unsinn. Was muss trotzdem. Sorry, aber. Das ist eine Unsinn. Die hin. Der Schuss ist hier oben am Fenster gewesen. Ich glaube, ich habe es so angestellt. Man kann echt nicht gut schießen. Man hat hier keine Schießposition, ne? Nö. Nö. Kann jemand von euch noch gucken? Ne, ne. Eine Sekunde und die würde ich gerne behalten noch. Hit. Tot. Dauber. Bin außenrum hier. Bin drin geblieben. Das Dex eher looten wegen Punkten. Achso, ja, Dex komm hoch. Ist er drin bei euch? Ja, hier oben sind sie beide. Alle drei. Ach, ihr habt schon alle drei? Doch. Ja. Den kannst du auch noch. Den hab ich noch nicht. Doch. Den hab ich noch nicht belootet. Achso, na dann. Den kannst du alle drei looten. Den noch mal. Oh, wo, wo? Ach ja. Oh, Muniz. Ach, ich wollte die Muniz und die Waffe nicht wechseln. Mann, ich hasse das, ey. Hm. Ich guck nochmal. Safe. Mann, ich wollte irgendwas schießen. Ich hab nicht einen Schuss abgegeben. Da ist der Moni. Da ist der Moni. Der Moni, wo? Draußen. Gut, dann hab ich ihm keinen Schuss abgegeben. Ja, die kam da nicht rein, Highspeed. Da war zu viel. Zu viel fallen. Und die, äh. Akku wollte. Wir haben das gut da oben einfach zugemacht. Der Einer hat sich... Ich hab auch, äh. Blutungsmoni. Hab ich auch. Der Einer hat sich selbst ungebracht. Der hat ein großes Dynamikbinde geschmissen. Ja, damit wird man auch schon. Die Bums, die Bums, die war zu krass. Ich sag immer, Mini-Atom-Bombe dazu. Okay, da geh ich nicht lang. Das ist zu hoch. Das ist Feuerwerk. Du bist genau durchgelaufen. Ich hab abgedrückt und das ist genau ein Lass zu werden. Ich hab mich überstanden, dass du mich nicht mehr magst. Ich denke ich, die andere ist, Profil. Keine Ahnung. Soll ich mich noch rum. Ach, wir sind ja schon draußen, ne? Ist ja schon direkt hier. Wäre doof, wenn wir jetzt wirklich die ganze Karte rennen. Ja. Wir hätten sich ja nur ärgern können. Aber, wenn's, wenn's wenigstens neben, nebenan wäre. Ich wollte mich selbst an der Ecke nicht machen. Hör uns, alles hilft. Auch keine Schniedelwitzchen mehr. Oh doch. Es holt doch einen neben mir. Ah! Ah! Ist der Raum recht schnell. Ja. Ah! Oh! 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 Voll am Ausbluten, ne? Bist du jetzt mit rausgefahren? Ich? Ja klar. Gut. Das wird so aus, dass du nicht mit rauskommst. Ich muss Schokolade essen, dann darf ich mehr killen. Gido, Guido. Ja, alles gut. Ich bin ganz ruhig. Komm, hier, was wird? Sex, sexy Schokolade. Mini-Tuck auf Milka. Mmh. Lex ist verliebt. Mmh. Mmh. Ja, zwei Jäger. Wie alle helfen? Der eine wird uns ja als Kind nicht gut geschrieben. Nö, nö. Weil es selber eine Luft gesprengt hat. Ja. Ja. Ich habe davon eingetötet. Le Monte Blume, habe ich ja freigeschaltet. Ich habe jetzt die perfekten Balken, 50er und 4,25er. Ich bin an dem Mond, um es vorbeigeschossen. What's? Hm, der Ausdauersprinze will ich nicht. Das ist mal ganz gut, aber nein, will sie nicht. Ja, weg damit, tschüss. Hm, hm, hm. Hm, ich will mal eine Hive-Bomb. Schwarm-Bombe. Hive-Bombe-Bombe-Zallöchen. Äh, habe ich nicht gedacht. Jetzt, das, das, das. Hier, hier, hier. Soll ich mal auch eine, ja, äh, Brandmunition nehmen oder sowas? Ja, das, 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 das ist ganz toll. Ja,isiineraß. Ich danke mal. Lesimiento.